Der 7. Juni 2013 segelt hier im Archipel von Sibenik. Es geht jetzt durch kleine Inseln und Eiländer durch. Ich schaue jetzt auf die Steuerbordseite der Asana. Einen anderen Insel vorbei. Jetzt wünscht er 2, ob er das 3 ist. Wir schwenken hier rüber. Der Brick jetzt nach hinten, nach achter. Primo stehen ist dort weit entfernt. Jetzt rund 10 Seemeilen, die wir heute am 11.00 Uhr gestartet sind. Dort hinten, weit entfernt, sieht man unser heutiger Ziel. Die Insel Silje. Damit werden wir aufgehangen. Da vorne segelt der Bavaria 38 in gleiche Richtung.